Abby Johnson war acht Jahre Leiterin der Beratungs- und Abtreibungsklinik Planned Parenthood. Das könnte jetzt ein wenig kalt werden, okay? Nicht bewegen. Als sie eines Tages selbst Zeugin einer Abtreibung wird, ändert sie ihre Einstellung radikal und erkennt, dass sie unzählige Frauen im Schwangerschaftskonflikt mit Falschinformationen zu einer Abtreibung bewegt hat. Ist alles in Ordnung? Sie haben kein Mitgefühl. Es ist unaufrichtig. Die von Prola verurteilen einen Killer und tun so, als würde es ihnen leidtun. Sie übernehmen keine Verantwortung. Das spielt keine Rolle, okay? Wichtig ist, dass wir für alle, und damit meine ich euch, mich und unsere Patientinnen, Sicherheit gewährleisten. Ein starker Glaubensfilm und die wahre Geschichte von Abby Johnson. 2019 eindrucksvoll inszeniert von Chuck Councilman. Unplanned. Ausatmen. 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 Vielen Dank.